Turnbull, tun Sie das nicht, bitte! Daddy! Tun Sie das nicht! Nein! Dieses Brandmal wird dich an den Mann erinnern, der dir alles genommen hat, was du hattest. Nein! Nach dieser Nacht, so erzählt man sich, sei er ein anderer gewesen. Er habe seine Seele verloren. Und dadurch Kräfte erlangt, die sich nicht erklären ließen. Jonah Hex. Fünf Särge. Brauchen Sie nicht acht. Legt ihn um! Jonah Hex. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Ey Hex, was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Was ist mit deinem passiert? Freut mich immer, wenn du mal reinschaust. Herrgott, Leila, wie viele Männer besuchen dich jeden Tag? Quentin Turnbull. Sie wagen es, diesen Namen zu erwähnen? Nein! Quentin Turnbull ist vor einem Monat aufgetaucht. Bringen Sie uns Turnbull tot. Konnten Sie das nicht etwas früher sagen? Hast du auch was Neues, Smith? Dachte schon, du fragst nie. Daraus schließe ich, sie gefallen dir. Das ist die Zukunft. Die Zukunft wird heiß. Kannst du schießen? Kannst du es? Nö. Ab jetzt herrscht ihr Krieg! Du gehörst jetzt mir! Ich gehöre niemandem. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wie ist das, sein Leben lang mit so einem Gesicht rumzulaufen? Ich zeig es dir. Hast du noch das Messer im Strumpfband? Haben sie gefunden. Hast du noch den Derringer in deiner Turniere? Sie haben alles gefunden, Jonah. Die haben dich verdammt gründlich durchsucht, was? Hättest du das nicht getan?